Hallo liebe Leute, wir machen nochmal ein kurzes Testvideo mit der Frontkamera des Nexus 5. Könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen sehen, wie sich die Qualität der Frontkamera so präsentiert. Ja, ich würde sagen, dass was ihr auf dem Display sehen könnt, sieht eigentlich sehr gut aus. Es ist absolut ausreichend bombig für Videotelefonie, Videochat, Skype, was auch immer ihr da macht, Hangouts. Ich kann jetzt keine großartige Schwächen erkennen eigentlich. Können wir ein bisschen so Richtung nach draußen, dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen dunkler. Gut des hellen Hintergrundes. Das sollte doch qualitätsmäßig ausreichen. Gut, also ihr habt einen Eindruck bekommen, wie die Frontkamera so ist von der Qualität her. Das war's von mir und wenn euch das Video gefallen hat und die Qualität, schreibt mir auch mal runter in die Kommentare. Oder gebt einen Daumen drauf, freue ich mich auch. Und ansonsten, macht's gut, bis zum nächsten Mal.